Mit vielen Fremden, die ich gezeichnet habe, bin ich tatsächlich noch im Kontakt und ihr glaubt nicht, was jetzt passiert ist. Könnt ihr euch noch an diesen Teil erinnern, den ich damals gemacht habe? Das ist Leo und er arbeitet im Little Tokyo und er hat mir letztens einfach geschrieben, dass er ein neues Café aufgemacht hat. Er meinte, lass doch zusammen hingehen, ich kann dir koreanisch beibringen oder vielleicht finden wir jemanden, den ich zeichnen kann. Ihr wisst nicht, wie sehr ich mich gefreut habe, dass er einfach an mich gedacht hat. Ich war so, warte, ich komm sofort. Ich muss sagen, das Café war einfach so schön. Leider habe ich an dem Tag niemanden gefunden, den ich hätte zeichnen können. Aber egal, es hat mich sehr gefreut, Leo näher kennenzulernen. Und weil ich sowieso schon im Little Tokyo war, habe ich nämlich für euch was gekauft. Ich werde das alles verlosen und seid gespannt auf die nächsten Tage, würde ich sagen. Heute war ich noch mal. có Vielen Dank.